Are you ready, Killer? Richtig, denn Gearbox hat wieder rausgehauen und zwar gab es bereits am Donnerstag einen relativ fetten Patch und da werden wir mal reinschauen, was sich da alles geändert hat, denn das ist wirklich sehr, sehr massiv muss man sagen und zwar gibt es eigentlich von vorne bis hinten nur Verbesserungen, das ist natürlich auch schön zu hören, wir haben nicht wieder irgendwelche Schreie nach Nerfs, sondern alles was geändert wurde ist in meinen Augen sehr, sehr sinnvoll. Wir beginnen zuerst mit dem legendären Feuermodus für den Fabricator, ja, das Ding was bei euch in der Bank verstaubt, dort zum Glück aber keinen Platz wegnimmt, hat jetzt einen legendären Modus erhalten, wenn ihr das Steuerkort nach unten drückt, somit in den legendären Modus umschaltet, dann gibt es für 250 Iridium zwischen 1 und 3 legendäre Waffen, statt dem ganzen grünen Crap, was da sonst rauskommt für nur 10. Aber wir sehen es aber auch, die Beschreibung muss noch angepasst werden, das haben sie vergessen, die Jungs natürlich hier entsprechend die Beschreibung anzupassen, denn wenn ihr dieses Video nicht seht, dann wisst ihr nicht, aha, 1 bis 3 legendäre Waffen für 250 Iridium, das muss da dringend noch dran, ist auf jeden Fall eine nette Sache. 250 Iridium, klar, man kann mit dem Zeug eh nichts anfangen, aber ist schon, sag ich mal, nicht gerade langweilig, gerade wenn man hier so eine langweilige Woodblocker oder so rausbekommt, dann denkt man auch, hm, hätte jetzt nicht sein müssen, aber generell schön natürlich die Möglichkeit zu haben. Dann wurde der Verkaufsautomat von Crazy Earl ein wenig aufgestockt und zwar ist das jetzt ein Veteranenbelohnungsautomat, das bedeutet, ihr könnt zuvor erhaltene Missionsbelohnungen dort abholen, also dort natürlich dann auch wieder mit Iridium kaufen. Und das Schöne ist, wie ihr es hier auch seht, natürlich, es sind natürlich auch gesalbte Varianten dabei, ob hier die Salbungen noch durchtauschen, weiß ich nicht ganz genau, ob die jetzt hier in Stein gemeißelt sind, da muss man einfach mal ganz genau drauf schauen, aber ihr könnt halt alte Belohnungen, Missionsbelohnungen hier wieder abholen, ganz gut, wenn man irgendwie so eine Belohnung hat, die man schon lange verkauft hat und denkt, ach, das Ding will ich doch haben, wie zum Beispiel hier bei mir die Whispering Eyes, die ich ja wirklich als sehr, sehr praktisch erachte, dann kann ich mir die halt hier einfach nochmal neu am Automaten bei Crazy Earl kaufen. Dann ebenso, wir hatten das schon mal als Event gehabt und zwar gab es da die Möglichkeit, legendäre Ausrüstung am Automaten zu kaufen, das war sehr, sehr cool, das ist jetzt wirklich Standard eingebaut, Automaten aller Art haben jetzt eine geringe Chance, legendäre Ausrüstung zum Kauf anzubieten und das nächste Gute, was sie gemacht haben, ist, wir kennen das ja, das Objekt des Tages im Sonderangebot, dort gibt es kein Grün mehr. Wer verflucht nochmal auf der Welt, will auch ein grünes Item als Objekt des Tages kaufen, das Zeug, das ist zu crappy, da bücken wir uns noch nicht mal für und dann sollen wir es am Automaten kaufen. Gut, haben sie geändert, haben sie richtig gemacht. Aber geht noch weiter, mit haben sie richtig gemacht, Anpassung bei Kisten und Badass-Belohnungen. Die Qualität der Belohnungen, die man in Kisten findet und die Badass-Gegner fallen lassen, wurde leicht erhöht. Wie hoch ist jetzt unklar, aber bei mir persönlich muss ich zum Beispiel schon sagen, wenn ich mal wieder so die Grabwache farme, ich habe gar keinen Bock, hinten noch in den Raum reinzugehen und zu gucken, was da eventuell in der Kiste drin sein könnte, geht mir am Popo vorbei. Lieber Spiel verlassen, Spiel starten, Grabwache wieder umhauen. Aber leichte Erhöhung der Qualität der Beute aus Kisten, also lohnt es sich vielleicht da auch einen Blick reinzuwerfen. Also hier soll man sich besser belohnt fühlen, wenn man schwierige Gegner besiegt hat. Das nächste, was das Farmerherz in euch höher schlagen lässt, ist die spezifischen Beute-Pools für Bosse wurden stark überarbeitet, in der Hoffnung ein zuverlässigeres und zufriedenstellendes Farming-Erlebnis zu erzielen. Die meisten Bosse sind zwei Ausrüstungsobjekte zugeteilt, aber es gibt auch Ausnahmen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir Respawning für folgende Bosse aktiviert und die Ausrüstung zwischen den Bossen gleichermaßen verteilt. Oder besser gesagt, gleichmäßiger verteilt. Bei den Bossen, die jetzt respawnen, was sehr, sehr cool ist, weil die halt auch Loot haben und dementsprechend von den großen Bossen, sag ich mal, den Loot-Pool anzupassen, weil ich gerade die meisten weiß gar nicht, wo ich die finde. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, habe ich die gar nicht so auf der Map mit drauf, ganz einfach deswegen, also auf der geistigen Map, weil respawnen ja eh nicht. Wir haben Dump Truck, wir haben Undertaker, wir haben Hacke-Peter, Arschbeißer und Trüffelbeißer, Shiga, Rona, Wax, Max, Archer-Wolf, Bloodshine, Mildog, der Gesalbte, Artemis, Apollo, König Bobo, König Nesha, der Gesalbte, X2, X3, X4, Azalea und Lieutenant Preston. Die alle respawnen jetzt also. Und da muss ich echt nochmal gucken, wo die Jungs überhaupt auf der Map herumhanseln, herumhampeln, damit wir die dann da mal im Sekundentakt legen und schauen, was kommt denn raus an gutem Loot. Und eine weitere Sache, die auch gerade zum Farmen, gerade zum Farmen mega, mega ideal ist. Wir farmen Waffe XY, möchten natürlich Salbung XZ haben. Ist das Problem, ja, dass es einfach so viel scheiß Salbungen gibt oder es gibt einfach so ein Arsch an Salbungen, dass wir sagen, ja, die Chance ist gering und aus diesem Grund haben sie jetzt 21 gesalbten Eigenschaften entfernt. Das bedeutet, wenn ihr die momentan aktuell auf euren Waffen drauf habt, bleiben die dort auch. Nur, sie droppen halt nicht neu. Wäre jetzt auch Schwachsinn, euch die Salbung wegzunehmen und dann irgendeine zu geben, die ihr gerade richtig scheiße findet und bei der anderen habt ihr gedacht, ach nee, die ist nett, weil es sind natürlich bei den Salbungen auch die eine oder die andere Variante dabei, wo man sagen kann, ach ja, ist ganz nett. Aber gerade der neue Takedown sollte ja eigentlich die Salbung mit in der Luft, ja, nach vorne bringen, bei euch beliebter machen, bei uns beliebter machen, ist, glaube ich, nicht eingetreten und dementsprechend werden die jetzt auch entfernt. Ich haue euch mal alle Salbungen hier einfach mal im Hintergrund mit rein, damit ihr seht, welche entfernt wurden, denn wenn ich die euch jetzt alle vorlese bei 21 Stück, wisst ihr selber, dauert eine Ecke, machen wir nur unnötig lange eingeblendet, reicht das vollkommen aus. In der Luft, der kritische Schaden 25% erhöht, ist weg, Schaden um 30% erhöht, ist weg, Feuerrad um 20% ist weg und so weiter und so fort, wie gesagt, ihr seht es im Hintergrund, da hat sich also wahnsinnig viel getan. Am geseibten Pool eine Sache mit einem dicken, fetten, fetten Daumen nach oben von mir, definitiv finde ich richtig mega, da wirklich halt beim Farmen 21 Salbungen, die wegfallen, die ihr als Schrott auf der Waffe haben könnt, die schon mal nicht droppt. Also das ist definitiv fürs Farmen einfach mega, mega geil. Und wenn wir schon beim Farmen sind und beim Droppen, bei einigen Bossen wurden leichte Veränderungen vorgenommen, um ihr Beuteerlebnis zu verbessern, aber die meisten Dropraten sind unverändert geblieben. Mit der Ausdünnung des Beutepools und der Entfernung von 21 geseibten Eigenschaften haben wir uns entschieden, diese Änderungen erst zu beobachten und notwendige Anpassungen dann später vorzunehmen. Ist ehrlich gesagt, sage ich mal, eine richtig kluge Entscheidung. Eigentlich kann ich gerade schon wieder den Daumen nochmal virtuell nach oben recken und sagen, ja, guter Gedanke, erstmal schauen, wie kommt das Ganze an, wie, ja, wie spielt es sich, wie ist die Erfahrung der Community, um dann, ja, steuernd einzugreifen, statt erstmal zu steuern und dann anschließend gegenzusteuern. Das wäre, ja, Riesenschmarrn. Und der Rest wird dann relativ langweilig, langweilig in dem Sinne, dass es immer wieder Sachen sind, die halt ja mal auftreten können. Bei keinem auftreten, bei vielen auftreten, wie auch immer. Bugfixes, Bugfixes ohne Ende, ganz viele Sachen, zum Beispiel Behebung eines gemeldeten Absturzes, der im Splitscreen auftreten konnte, Reduzierung der Partikel, die auftreten, wenn man mit verschiedenen Elementen Schaden bei Gegnern verursacht. Wobei hier eine Sache natürlich vom Damage sich ein bisschen auswirken kann, und zwar Projektile prallen jetzt nur noch viermal ab. Wir haben angepasst, wie Projektile durch Schadensereignisse auftreten. Wir haben Spitzen bei der Stabilität und Performance einbußen festgestellt, wenn während des Gameplays zu viele Elementarprojektile auftreten. Ich glaube, das kennt wirklich jeder, also jeder Konsolenspieler wahrscheinlich, der schon mal wirklich Multiplayer gespielt hat. Der weiß genau, wovon hier die Rede ist. Das war ein wirkliches Performance-Problem. Da haben sie dran gearbeitet. Das lag daran, dass einige Waffen weit mehr Projektile spawnten, als für die Performance ratsam war. Also hier geht es wirklich rein um die Rechenpower, die halt überbleibt für das Spiel. Und betroffen sind also Waffen, die Recursion, die Carrier, die Beercat, die Leadspringler. Und andere, andere sagen sie nur noch allgemein, es gibt ja nur eine ganze Menge Waffen mit abprallenden Projektilen. Und da werden sie das jetzt auf alle Fälle beobachten, wie Spieler diese Waffen benutzen, um daran dann eventuell weitere Änderungen vorzunehmen. Aber beim Rest haben wir dann wirklich nur noch reines Bugfixing, wo halt irgendwelche Sachen aus irgendeinem Grund irgendwie schiefgelaufen sind. Ich mache das einfach so. Ich packe euch unten in die Videobeschreibung einmal den Link zu den Patchnotes rein, zu den Deutschen. Da könnt ihr direkt dann auch einfach nachlesen, was da nochmal eventuell für euch interessant ist. Aber wie gesagt, das ist wirklich reines Problembeheben. Und ganz genau so ist es ja auch oft so, dass man sagt, hey, der Patch gut und schön, da kann ich mich nicht gegen wehren. Der Hotfix, da habe ich meine Möglichkeiten, mich dagegen zu erwehren, weil der Hotfix bringt eine Änderung, die ich nicht haben möchte. Und auch hier, Entwarnung, der gleichzeitig mit dem Patch angewandte Hotfix bringt auch nur Verbesserung, besser gesagt nur wirklich Fixes. Da werden nur Bugs gefixt, da wird also nichts irgendwo vom Damage wirklich, ja, dass man irgendwelche Damage-Einbußen hat durch irgendwelche Änderungen. Das haben wir hier überhaupt gar nicht. Also auch hier komplette Entwarnung. Das passt einfach alles, so dass wir ja abschließend zum Patch auf alle Fälle sagen können, was da gemacht wurde von Gearbox war von vorne bis hinten in meinen Augen wirklich richtig Ausdünnung des Lootpools, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Weg mit diesen ganzen Schrottsalbungen, die eh kein Schwein haben will. Also, das passt einfach. Wie gesagt, die Jungs, die jetzt hier neu auch noch legendäres Loot droppen, oder besser gesagt respawnen, da muss ich selber mir nochmal drüber gucken, wo die herumschwirren Hackepeter und Arschbeißer und Co. für mich passt. Ich sage Daumen hoch und wenn für euch das Video hier gepasst hat, dann... Genau, ebenso, Daumen hoch, denkt an den Like-Button, das wäre eine super sahne Geschichte. Habt ihr noch nicht abonniert? Oh, jetzt machen, super sahne Gelegenheit, dann noch die Glocke aktivieren, ihr verpasst hier weiter kein neues Video. Ja, und ich danke euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie.